Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des COI Consult COI Talk Podcast. Mein Name ist Robert Jung-Nischke und in der heutigen Folge geht es mal wieder um eine Zuschauerfrage und zwar um die Frage, welche Wasserparameter sind denn eigentlich wichtig oder sind Indikator dafür, ob meine Wasserqualität in Ordnung ist oder nicht. Die Frage ist super spannend und super wichtig und zwar aus dem Grund, weil viele Leute sich halt nur fokussieren auf den Ammonium und den Nitritwert und vielleicht noch auf pH und Sauerstoff. Über pH und Sauerstoff möchte ich an dieser Stelle jetzt nichts sagen, weil die zu unserem Thema hier nicht wichtig sind. Immer vorausgesetzt der Sauerstoff ist natürlich in einem vernünftigen Bereich, das heißt irgendwo bei 5,5 bis 6,5 Milligramm pro Liter, aber sobald er da ist, sind wir dort auf der sicheren Seite. Aber welche Parameter geben jetzt Auskunft darüber, ob mein Wasser sauber ist oder ob mein Wasser dreckig ist? Und das ist natürlich auch gerade für Beginner in dem Hobby-Koi-Haltung ein ganz wichtiger Punkt, denn ich kann natürlich mir noch so viel Mühe geben, mein Teich kann noch so gut sein, wenn diese Werte, um die es hier geht, nicht in Ordnung sind, dann habe ich weiterhin Probleme mit den Fischen. Also die meisten Leute schauen, wenn sie einen Teich neu anfahren, wenn sie mit dem Hobby beginnen oder auch nach dem Frühjahr, wenn es kalt überwintert wurde und dann eben der Teich langsam warm wird, eben nach dem Ammonium und nach dem Nitritwert und wenn die in dem vorgeschlagenen oder vernünftigen Bereich sind, dann setzen sich hin und sagen, super, meine Werte sind in Ordnung, jetzt ist alles gut. Ja, wäre ja schön, wenn das so wäre, denn das eine hat mit dem anderen nicht zu tun. Was will ich damit sagen? Neben Ammonium und Nitrit gibt es auch noch eine bakterielle Wasserbelastung und zwar Aeromonaden, Pseudomonaden, Fäkalkeime, also Enterobakterien und die sogenannte Kolonienzahl, das heißt, ist die Menge an Bakterien, die überhaupt quantitativ vorhanden sind. Und jetzt ist es leider so, dass Nitrit und Ammonium und diese Bakteriengeschichte nichts miteinander zu tun haben. Das heißt, wir können auf der einen Seite tatsächlich einen geringen Nitritwert und einen super Ammoniumwert haben und auf der anderen Seite haben wir eine hohe Keimbelastung im Wasser und eins steht fest, wenn wir die im Wasser haben, dann haben wir garantiert auch Probleme mit den Fischen. Insofern ist es wirklich sehr wichtig, dass man nicht nur Ammonium und Nitrit überprüft und dann sagt, okay, prima, alles ist gut, sondern dass man sich auch um die Keimratte kümmert. Ich will das mal an einem einfachen Beispiel verdeutlichen. Ich habe im Frühjahr ja keine Heizung gehabt. Der ein oder andere Zuschauer weiß das, dass meine alte Wärmepumpe kaputt gegangen war und dann musste ich ein paar Monate ohne meine Heizung auskommen. Das war genau die kritische Phase, in der der Teich warm wird. Und ich hatte leider auch die Situation, dass ich irgendwo über 16, 17 Grad nie hinauskam. Der Teich pendelte halt im Frühjahr immer um diese Werte und erst am 24. Mai war ich über 18 Grad. So, was war die Folge? Die Folge war ganz einfach, dass meine Fische permanent am Kränkeln waren. Ich hatte Beläge auf der Haut, also eine Parasitenreaktion auf einen Parasitenbefall. Ich hatte aber auch kleinere bakterielle Probleme. Jetzt ist was ganz Interessantes. Über eine ausreichende Teichdesinfektion ist es mir dann gelungen, die bakteriellen Sachen ohne irgendeine Behandlung in den Griff zu bekommen. Das heißt, dort, wo eine kleine bakterielle Entzündung war, ist diese zurückgegangen und der Fisch war in der Lage, dann mit der Wärme und mit der Reduzierung der Keimbelastung im Wasser sich selbst zu heilen. Und das ist natürlich genau das, was wir ja eigentlich auch wollen. Aber andersrum besprochen, wenn ich jetzt nicht hingegangen wäre und die Heizung installiert hätte, die dann den Teich auch auf 23 oder 24 Grad jetzt zurzeit heizt und wenn ich nicht hingegangen wäre und diese Teichdesinfektion respektive die Reduzierung der Keimrate durchgeführt hätte und auch weiterhin durchführe, sodass ich auf einer ganz niedrigen Keimrate bin, dann wären meine Fische dazu nicht in der Lage und aus einem kleinen bakteriellen Problem würde ein großes und eventuell sogar ein ganz großes. Und deswegen ist es so unheimlich wichtig, sich nicht nur um Ammonium und Nitrit zu kümmern, Sauerstoff und pH, sondern eben auch um das Thema der Keimbelastung im Wasser. Jetzt kommt natürlich die Frage, wie mache ich das am besten? Nun, es gibt da zwei Sachen, die man machen kann. Das eine ist, ich muss mich natürlich erstmal schlau machen, wie ist denn meine Keimbelastung? Und dafür bieten Labore entsprechende Sachen an. Das Labor, was mir gerade einfällt, ist Taurus Diagnostik in Bielefeld. Die bieten also eine Keimbelastung, so eine mikrobiologische Wasseranalyse, nennt sich das dort, an. Die machen eben das, was ich eben gesagt habe. Die messen die Menge an Eromonaden, Pseudomonaden, Enterobakterien und eben die Kolonienzahl. Und dann gibt es dort eben auch eine Interpretation der Werte. Das heißt, man kriegt dann ein Ergebnis, wo auch drinsteht, ob das in einem günstigen Bereich ist, in einem, naja, demnächst bedenklichen oder schon in einem kritischen Bereich. Und solche Untersuchungen machen ganz viele Hygienelabore. Ich kann dir nur raten, geh zu einem Labor an deinem Ort, weil das Problem ist und das kann ich einfach nicht abschätzen. Ich glaube aber, es ist eins, wenn so eine Probe gezogen wird und dann einen Tag oder zwei auf dem Postweg unterwegs ist, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass das Wasser dann eine andere Belastung hat, ob besser oder schlechter, kann ich gar nicht sagen, als zu dem Proben nahmen Zeitpunkt. Und was wir ja brauchen ist, wir wollen ja ein Ergebnis wissen, wie ist es tatsächlich im Teich. Deswegen wäre meine Empfehlung, such dir ein Hygienelabor bei dir am Ort oder in der nächstgrößeren Stadt. Rede mit denen, vereinbare einen Termin, ziehe morgens deine Probe, fahr mit der Probe dorthin, sodass die direkt verarbeitet werden kann, damit du ein möglichst exaktes Abbild deiner Teichsituation bekommst. So, das ist die eine Geschichte, die man machen kann. Und das Zweite ist, die direkte Messung dieser Wasserbelastung ist über das Redoxpotenzial möglich. Dafür brauchst du dann aber eine Regelanlage, die eben den Redoxgehalt entsprechend misst. Und dann gibt es eben auch Werte, wo man sagt, okay, hier ist das Wasser sehr sauber und andere, die eben den Indikator abbilden, das Wasser ist nicht so sauber. Wobei das bei der Interpretation des Redoxwertes immer etwas schwierig ist, sich an absoluten Werten zu orientieren, weil der ist in jedem Teich eben entsprechend anders. Das heißt, der ist immer bezogen auf ein System. Einen weiteren Nachteil möchte ich natürlich nicht verhehlen. Bei jeder Regelung besteht einfach das Problem, dass die Sonde verschmutzt, dass natürlich auch die Messung richtig erfolgen muss. Das heißt, die Sonde muss sehr gut angeströmt sein, damit ich auch wirklich das messe, was ich tatsächlich im Wasser habe. Deswegen wäre meine Empfehlung eher lieber ein, zwei, dreimal so eine mikrobiologische Wasseranalyse machen lassen. Und ich sage mal so, ich gehe so vor, ich mache die erste, dann fange ich mit meinen Desinfektionsmaßnahmen an, dann mache ich die zweite und schaue, wie sich die Werte einpendeln. Und dann habe ich darüber auch einen guten Indikator, bin ich jetzt auf dem richtigen Weg, mache ich zu viel oder mache ich zu wenig. Natürlich setzt das voraus, dass wir auch konstante Bedingungen im Teich haben müssen. Das heißt, wenn du keine Teichheizung hast, wenn wir nicht so einen tollen Sommer haben wie dieses Jahr, wo die Wassertemperaturen im Teich sicherlich immer auf einem hohen Niveau und einem guten Niveau sind, dann musst du dir sicherlich Gedanken machen über die Redoxregelung. Denn dieses ganze Zusammenspiel aus Desinfektionsmenge plus Keimrate ist natürlich sehr stark auch abhängig von der Wassertemperatur. Insofern möchte ich dieses Video hier auch nicht als Anleitung verstanden wissen, sondern als Anregung dort hinzuschauen und dann über die für dich passende, ich sage jetzt mal, Überwachungsmethode sicherzustellen, dass deine Keimrate auf einem vernünftigen niedrigen Niveau ist. An der Stelle sei auch angemerkt, ich rede hier von einem niedrigen Niveau, ein Keimfreier Teich respektive ein komplett steriles System werden wir erstens gar nicht hinbekommen, zweitens ist auch das nicht erwünscht, denn unsere Fische sollen ja mit einer geringen Keimbelastung auch klarkommen können. Aber wie auch immer, die Dosis macht natürlich das Gift und vielleicht auch wenn, gerade wenn dein Teich vielleicht grenzwertig ist, was die Technik angeht, was die Qualität der Filtertechnik angeht, könnte das der Schlüssel zu einer noch erfolgreicheren Keuhhaltung für dich sein. Ja, ich hoffe, dieses Video hat dir gefallen. Ich hoffe, es war ein bisschen was Informatives für dich drin. Wenn dem so ist, freue ich mich natürlich, wenn du dieses Video mit anderen teilst. Wenn, denn ich denke, das ist für ganz viele Leute wichtig, gerade Beginner, ich sagte es eben schon mal, neigen dazu, sich vor allen Dingen am Ammonium, an einem Nitritwert zu orientieren und die Keimbelastung außer Acht zu lassen. Ich freue mich natürlich auch über jeden neuen Abonnenten. Insofern, wenn du noch kein Abonnent bist, dann abonniere doch einfach meinen Kanal und du wirst keine Folge mehr verpassen. Ich danke dir, dass du da warst. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal auf meinem Kanal, dein Robert Jungnischke.